Und ich glaube, wir können auch gar keinen Schutz oder so mehr mitnehmen, ne? Ja, wir sind jetzt in einem ganz niedrigen HP-Bereich und das ist mir egal. Also ich kann ja, egal wie viele HP haben, er wird mir trotzdem one-tap. Also, von da aus. I don't care. Ach guck mal, jetzt kriegen wir Hilfe von noch einem Random. Sehr schön. Das ist doch cool. Ich kasse jetzt auch, wie ich mir noch nicht darf. Macht zwar nicht, macht zwar nicht so sehr viel Spaß, immer das selbe zu kasten. So, einmal rumwerfen. Ich glaube, wir sind die Knie. Du bist der Knie, der Knie, der Knie und der Knie. Ja, das stimmt. So, ich kann mich jetzt etwas tun. Ich bin der Knie. Ich glaube, das ist ein Schrein. Ich bin der Knie oder Flo. Ich bin der Knie. Ich bin der Knie. Ich bin der Knie. Okay, das I'm checking Ja, das ist der Karsten. Ja, ne? Ja, 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 ja. Oh, haha. Ja, Beben ist doch zu gefährlich zum Karsten, ne? Beben ist einfach zu gefährlich zum Karsten. Aber ich mach's trotzdem, weil, äh, warum? Ja, ich mach's trotzdem, aber irgendwas hat mich gerade wieder abgebrochen. Kann ich ihn hier wieder nehmen? Ja, ne? Ja, ich glaube, er fällt, er fällt. Ach, oh, nee, die Goblins. Ich glaube, er kommt aber hier dann doch nicht hoch. Ja. Okay, okay, okay. Ich glaube, die Goblins sind jetzt auch dead, oder? Ja. Ja, schon. Stirb doch, bitte. jetzt der letzte auch noch stirbt ja okay und warte hatte aber der tatsch dagegen der fett habe ich jetzt um ja 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 wir haben zeit wir haben zeit wir haben zeit ganz knapp erlebt wieder durch noch zeit um den hier zu ja 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 nee nee nein nein warum mussten jetzt alle tot gehen das war glaube ich nur wegen den koppel ins Das war, glaube ich, nur weil die Goblins wieder gestört haben. Er war fast tot. Und ich wieder angefangen habe zu casten. Anstatt einfach wegzurennen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Können wir einfach, können wir durch die ganze Zeit wieder laden? Einfach sterben? Das wäre auch lustig. Dann laden wir so lange, bis wir gar keine HP-Leiste mehr haben und sind einfach immer tot, wenn wir neu laden. Das wäre zwar nicht ganz so lustig, aber... Das wird es machen. Hallo, reibt ihr den jetzt mal an? Ach, Mann. Mann, ich war nicht. Das sind die Wahrsein. Oh, wie ist das? Das war's. Oh, das war's. Das war's. Und ich bin jetzt wieder. Oh, ich bin dann. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jajajajajajaj. Mann, du Meter. Ja, jetzt bin ich der. Ja. 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 Es ist sehr viel Frust und wir werden hier eine komplette, für YouTube eine komplette Folge darin verwenden. Wenn es auch zwei sein muss, das ist wie so ein Dark Souls Boss. Den muss man einfach legen. Es geht gar nicht anders. Wie gesagt, selbst wenn ich zwei HP habe, ich werde ihn probieren. Er wants to tap E. So. Wir versuchen das mal wieder von hier oben so, damit die ganzen Leute mitkommen und ihn vielleicht direkt mal am Anfang angreifen. Könnt ihr bitte den da angreifen? Danke. Sind hier jetzt auch noch welche? Wir sind noch Wölfe? Ja, das ist ok. Ja, ist ok. Ja, das ist ok. Also, das ist ja. Nein 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe! Oh, hilft der die ganze Zeit, ey? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, jetzt setzt er schon wieder an, oder was? So. So, einmal das da. Ich muss hier hochkonzentriert sein, ne? So, jetzt liegt er, jetzt liegt er. Ja, hast du da so ein bisschen raus? Nee, nee. Oh Gott. Ich dachte, er geht schon wieder auf mich, ey. Geil. Aber die mir jetzt mal ein bisschen Damage, bitte machen. Sodass er nicht mehr rennt, wäre auch geil. Diese O-Firm zu rennen. So, komm, 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 komm. Ja, das kann ich immer hin. So, noch Ränder nicht. Schön auf den Kopf, schön auf den Kopf. Nee, 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 nicht auf mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jaaa, Manni! Freize im Kalender. Oh mein Gott. We did it it! Oh, finally. Es kann weitergehen. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Ach, ehrlich. Oh mein Gott. Mit dem... Oh, da ist noch einer. Alles in Ordnung. Alles gut. Ah, wir rennen einfach mal, wir rennen einfach mal ein bisschen da drauf zu. Du... Kann man... Wie geht da? Komm, die rüber? Ich will es vielleicht nicht, ich will es... Oh, damit... Nee. jetzt mal wieder Okay, wir haben Level abbekommen. Was haben wir hier? Da drüben ist etwas, was könnte es sein? Was, da drüben? Wo ist es da drüben? Ja. Keine Ahnung, was da ist. Dort drüben? Was ist denn dort drüben? Hier so? Ist das eine Brücke oder sagen wir was? Naja. Gehen wir mal zurück. Also, das war schon sehr nervenauftreibend. Ne? Das war schon wirklich sehr nervenaufreibend. Der feint gegen den Minotaurin. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir haben hier. Guck mal, da ist er. Oh, das ist er. Harry Potter. Ja, ich weiß nicht. Finischt ihr den noch? hier haben immer noch zeug bei sich liegen irgendwie sammeln die basalen halt nicht mehr so wirklich auch einfach viel zu viele kobolde die hier rumlaufen ein controller vibriert auch die ganze zeit weil wir so lieben sind sowieso so regurgi japanen stelle des schießt hier sind sie ab ja 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 da sind noch mal, ob da sie noch mal hat. Was für einen Weg müssen wir denn bitte hier gehen? Für den... Au, au! Versteckt er sich einfach? Was ist das denn? Oh mein Gott! Einfach nen Goblin, der fucking Tarnanzug anhat. Uff! Ist das da jetzt? So, hier fahren wir dann schon durch. So, der... hat doch hier irgendwo gelauert. Machen wir da mal schwarz. Ah, da! Kennen die den nicht? Ich kann sagen, ja? Warum sehen die den nicht? Ei, 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 ei. Nicht, dass sie mich anspringen. So, worst case. Oh, ihr wurst. Ihr wurst. Das ist wiederum geil. Können wir mal ein bisschen was kombinieren. Ja, entgiftender Sud. Ja, perfekt. Oh, was? Gutes Hackknollenrabora. Okay. Nice. Nice. Ist das da? Was haben wir da? Okay. Ja. Ich sammelt mal die ganzen Sachen hier ein. So. Oh, das war vielleicht Verschwendung. Na, der gute Logistiker. Oh, Jagdauftrag. Was ist denn das für eine Jagdauftrag? What? Jagdauftrag? Was war das? Ah! Hallo, ich kann deine Sprache nicht. Oh, ich kann meine Sprache nicht mehr allein sein. Okay. Bitte kommen Sie. Okay. Wir sind da. Bisschen später als früher. Hat auch keine Gründe. Weiter, wenn ihr keinen Bogen abfeuern könnt. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das ist dem sein Ernst, ne? Wir sind kein Bogenschütze, deswegen können wir nicht bei ihm lehren. Okay. 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 Äh, dann gehen wir mal, dann gehen wir mal da hin. Dann gehen wir zurück. Ja. Gut, ne? Dann, ähm, ja. Können wir nicht machen, weil sind halt kein Bogenschütze. Ist, äh, irgendwo, glaub ich, verständlich. Schön, dass wir dann den ganzen Weg gelaufen sind und, ähm, gegen den Minotaurus gefeitet haben und, was weiß ich noch, alles gemacht haben. Okay, äh, mal, ich weiß nicht, was weiß ich. Äh, ist der, kann ich jetzt sehr sicher in den Stall vornen? Oh, der kann sich in den Stall vornen oder so? Oh mein Gott. Wer hat mich da jetzt abge... Okay, die ist relativ schnell. Mit Jörg? Jörg? What are you doing, Jörg? Okay, Jörg wieder. Attack. Eieieiei, was gibt's denn hier alles, ey? Nein, hinter mir war noch so einer. Eieieieiei. Ja, vom letzten Speicherbuch. Wir haben halt bis jetzt noch nichts gefunden, wo wir wirklich können uns hinlegen, hinsetzen oder sonstiges. Wo wir uns ein bisschen ausruhen können. Natürlich fangen wir wieder ganz bei dem an. Oh, naja. Gut. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. So. 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 Der war natürlich schnell wie sich. Nee, 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 nicht mich. Nicht mich. Nein, nein, nein. Einfach nur nicht mich. Tigerauge. Nett. Wir laufen hier jetzt einfach wirklich immer mit zwei AP rum. Geht er hier hin? Gerne weiter geradeaus einfach laufen. Aber das Ding ist, hier können halt überall... ...könnt halt überall was sein. Könnt ihr bitte vorlaufen. So ein paar Wölfe. Nur nicht auf mich. So ein paar Wölfe. 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 Ja, da haben wir noch. Ja. Ja, bringen wir den mal her. Wenn mich hier nichts angreifen, ist alles in Ordnung. Hier ist es, dass ich die守ze. Wie viel ist denn hier? Da ist auch noch. Da ist auch noch. Heidewitzker, die gehen das aber alles fighten, ey. Die klicken hier einfach das komplette Gebiet. Sehr schön. Schön, schön. Habt ihr gut gemacht. Was ist das da? Was ist das? Das schläft. Oh, ach. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier ist ein Zauberer. Mal kurz Jörg wieder benehmen. Alright. Mal kurz in das Gästchen hier reingucken. Der Troll sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Ich glaub, he dead. Ich glaub, he dead. Hä? Hi. Ja, dann macht das da mal noch fertig, was halt immer da ist. So. Dann kommt der mal mit. Der Troll hat uns so schön hier den Weg. Guck mal. Guck mal, wie lieb. Oh. Ja. Halt. Nee, 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 nee. Ähm, hallo? Kommst du wieder? Äh, was machst du? Ja? 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 Ah, perfekt. Guck mal. So. Hallo. Ja. Ich benutze dich mal gerade hier so. Zack. Perfekt. Äh, tschüss. Ein Zyklop überquert. Sehr schön. So, ich weiß nicht, wie die hierher kommen, aber ähm ... Oh mein Gott. No, 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 no. Das, ähm ... Ich mag nur nicht abgeworfen werden. Ja, weil dann passiert nämlich das. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Entweder der Hauptvasal ist tot, wir finden keinen Rudenstein. Oder wir sind 5 HP und finden keinen Lagerplatz. Es ist immer eins der beiden. Immer eins der beiden. Ja, da könnte ich ja ... Ja, da könnte ich ja ... Ah ... So. So. Ja, da bitte ich auch wieder One-Tap. So. 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 ja ja macht immer macht ihr mal geht ihr mal dahin die hier nicht warum warum wir sind mehr im loading screen heute als alles andere also wer eben ja loading screen ja ist ja sehr quasi loading screen und und halt tot ich müsste wahrscheinlich den rückkehrungsstein benutzen aber da sind auch ganz viele wölfe und so man ja komm einfach nur damit wir jetzt nicht noch mal 5000 jahre wirklich in diesem ding müssen bleiben gehen wir in das dorf habe einfach so haben wir reise stein setzen wir ein ich bin bei ihnen sehr schön hallo Ach, das ist er! Ach, das ist er hier. Der meint, ähm, quasi, wenn man hinaussiegelt, dann findet man noch was. So, wo soll ich hier was zum Sammeln sein? So, hier können wir doch irgendwo rasten. So, wir sind wieder ins Dorf gekommen. So, was ist jetzt hier los? Ah, hallo. Schon wieder. Ich wollte hier hin. Und ich wollte einfach nur rasten. Ich wollte einfach nur in so ein Gasthaus rein. Und mir denken, ja, alles schön, alles gut. Ah. Ja, lasst uns mal hier irgendwo hin. So ist ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Ah, ja, 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 da waren wir mal kurz hier. Und hopp. Reift die bitte an. Mach die mal fertig. Nee, ich will hier nicht mit drin sein. Wie kann ich hier vielleicht das verpassen? Ja, wahrscheinlich, ne? Da dürfte noch gerade so gehen. Okay, jetzt greift mich an. Ja, bringen mir den mal. So, Jörg. Auf. Haben die das vielleicht bald? Oei, 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 oei. Ja, vorbei. Ja. Wo ist er jetzt? Was ist er denn? Das ist doch er hier, ne? Ja. Ja. Na klar. Ja. Hm? Hm? Was ist denn mit ihm jetzt los? Wir kommen vielleicht mal wieder vorbei. Habt ihr vielleicht In dem Dorf Irgendwo Ne Ich hab nur den Krämerladen und den Leuchtturm Super Aber gut, da ist direkt ein Lager Wir müssen an das Lager Was mit dir? Wir müssen an das Lager Ne? Wo rennt ihr hin? Gott sei Dank haben wir noch so ein Lager auf Gott sei Dank Ja Jetzt müssen wir mal was zu essen kochen Jawoll, wir kochen die Bestienrüppchen Die machen uns wieder neidisch Oh, guckt euch das an, ey Okay Schon gutes Essen, ne? So, bis zum Morgen, bitte Und dann sind wir hoffentlich wieder full life Gott Sehr schön, so So So, Gareth wollte uns irgendwas zeigen, oder so? Sollte, was wollte der uns zeigen? So Okay Ah, da ist ein Rödel Ja Was ist du denn? Aha, ich gehe mir auf Volga Ja, wir sind hier Und nie. Okay, fäh! Ich will nicht schon wieder Lowlife sein. Na, einmal Ausdauer und dann Kastroo ist es da. Wie, wo geht das denn? Sack, das muss ich dir eigentlich direkt ausmachen. Wie, wo geht das denn? Und? Ja, der sollte eigentlich auch gehen. Okay. Das hier? Ja, 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 ja. Ja, schön. Ja, 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 ja. Was ist das? Ja, 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 ja. So, er liegt. Oder auch nicht okay. Es gibt glaube ich kein Vieh mehr, was mehrere HP Balken hat, was mich nicht one-shottet. Und schon wieder sind wir da drin. Oh! Na für heute aber, also für heute, ne? Ja wir müssen auf Masken passen, wenn wir nicht zur Masken greifen. Ich mache jetzt noch einmal den Uga da fertig. Let's go! Den sollten wir ja wohl hinbekommen. Okay. 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 Never come weg. Okay. Erdbeben. Zack. Okay. Was ist er denn hier? Oh! Oh! Ja! Zack! Okay! Hiiii! Na! Was geht? Schau! Mach dich! Ja! Ich habe dich nicht geholfen! Ich kann dich nicht aus. Erdbeben. Okay. Yes. Okay. How are you doing? Everything fine. Oh, no problem. No problem. Some come. Some might come. Some might go. That's everything. Everything. Okay. Go on. No problem. Okay. Nice. Finally. Only. Oh, it is 20. Nice. Nice. This ain't my dinner. Nice. I also need to eat some dinner. That's because... We are not gonna do a long stream for today. Hm. Also, for all the German viewers. Today will not be so long. Today will not be so long. Yeah. Although we... Oh, my God. No. 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 Was ist hier? Ich weiß nicht, dass du Deutsch sprichst. Ich sehe dich... Ich sehe dich, auch. Ich spreche in Deutsch, weil ich auch für YouTube-Kennung mache. Das mache ich für meine deutsche Zuschauer. Ja, wir haben keine Highline in der Gruppe. Das wäre nett. Dankeschön, Dankeschön. Aber ich mache hier auch nicht mehr so lange. Also von da aus kann ich danach dann auch noch ein bisschen loggen. Soll ich dich hinführen? Ja, wo ist ein Riftstein? Was? Was? Wer hat das jetzt gesagt? War das ge- Hört? Hast du das gesagt? Oh no, Schaubchen! No, 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 no. Weg damit! Ich weiß nicht, dass ich nicht möglich bin. Schaubchen! Oh, 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 oh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich baile mich, und ich bin froh. Ich bin froh. Kann ich nicht? Schön! Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, hier ist wirklich ein wunderschöner Blick in die Umgebung. Das ist wohl wahr. Das sieht wirklich geil aus. Oh, da hinten hin würde ich auch gerne machen. Aber wir können nicht schwimmen. Ja. Ich folge dir, ja? Ich folge dir. Ich glaube, die führt uns zurück in die Stadt, kann das sein? Na, na ja. Wäre auch in Ordnung. Dann können wir mal wieder hingehen. Wie sind das da jetzt? Oh, wir sind sogar fast da. Wir sind sogar fast da. Dann haben wir heute eine kleine Rundtour gemacht. Mal wieder. Ich habe auch noch keine... Was ist... Was ist hier? Wieso Silber? Gutherzig? Wir sind Magier. Okay. Weißkiesel mal zwei. Nee. Danke. Aber nein, danke. Weil der, glaube ich, healen könnte, ne? Eigentlich bräuchten wir schon irgendwie sowas, was healen kann. Vielleicht müsst ihr ganz viel Arznei und so immer mitnehmen und... So ein Logistiker wäre dann auch cool, weil der verteilt ja dann auch die Zaubertränke und so. Der hat Zneintränke. Ja... Oh Gott. Leg! Oh, lief 14 FPS. Ei, 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 ei. Achso, nee, du führst mich... Ui! Da ist aber... Da... Ei, 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 ei. Mit euch? Mhm. Okay. Ah, ich... Ah. Warum nicht? Wie, der wird nicht zurückkommen. Ah, ich hoffe doch, dass der zurückkommt. Dann müssen wir dem helfen. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal... An unser Haus. Wir gehen einmal an unser Häuslein. Ein bisschen mit tief. Ich glaub, hier durch, ne? Oder? Was hier? Achso, ja, quasi, ne? Nee, hallo? Ich will... Ah! Oh Gott. Oh! Was war das denn? Ich wollte doch nur da hoch. Ich wollte doch nur da drüber. Ja. Ja. Komm schon. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja. Wir müssen auch noch Beweise sammeln und die festnehmen und was weiß ich was machen. was war das? Hä? Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Was bist du denn? Oli, warum bist du denn in der Stadt? Alles okay mit dir? Warum kriegt der kein Damage? Das ist ja komisch. Okay, er fällt, er fällt, er fällt. Okay. Äh, okay. Auf ihn mit Gebrüllen? Hallo? Was? Okay. Oh, krass. Ja, ja, ja. Direkt mal wieder hinfallen, bitte. Oder so. Was war das denn? What the hell? Was ist das? Der, der, der einfach, der, der am helllichen Tag einfach die Stadt an. Auch gut. Auch gut, auch gut. Hallo, so, jetzt können wir unser ganzes Zeug hier mal kurz ablegen, einlagern. Ähm, ich glaub wir haben fünf Dinger, ne? Ähm. so, das da auch weg, das da, drei, das da, aber wir haben wieder viel eingesammelt, ja, ja, da war wieder sehr vieles dabei, so, perfekt, so, und wir haben die fünf, wir haben die fünf Gegengifte, die bringen wir mal gerade noch weg, was machen wir noch, die fünf Gegengifte, was machen wir definitiv noch, so, wann war sie da, jawohl, 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 ja, natürlich, gar kein Problem, kein Problem, Geschenk des Gebens, naja, die ist zwar sehr gutgläubig, aber, was soll man machen, so, was können wir hier, hier können wir auch noch ein bisschen einsammeln, machen wir doch, gut, und dann ist, ist für heute auch schon wieder Schluss, wir hatten wieder einige, äh, was ist denn mit ihm hier, und dann können wir uns eine Bestechung helfen, wenn es soweit ist, okay, wir stellen uns an unseren üblichen Platz, und zwar an den großen Platz, wo wir so eine schöne Übersicht über den, über das ganze Geschehen der Stadt haben, 180, ja, okay, ja, nice, zwar genau vor, die, ich weiß nicht, was es ist, so, Ich habe ein paar Sachen gehört, was ich schon gehört. Ich habe es nicht so, was ich gehört. Ich habe es gehört, aber ich habe es nicht wirklich, was ich gehört. Aber ich habe es sehr gut, was ich gehört. Ich habe es nur einen Hügel. Hey, danke. Wir haben ihm vielleicht ein bisschen zu viel Gold gegeben, was ist das hier eigentlich, ist das hier eine Kirche oder so, oder was ist das? Ah, das ist ein Riftstein, ah, interessant, was bist du eigentlich für einer? Mehrdeutiger Weihrauch, Brille? Okay, interessant, wie cool, wir können uns einfach Brille kaufen, okay, gut, wir stellen uns hier wieder hin, so, perfekt, machen einmal gutes System, speichern und zum Titelbildschirm zurück, jawohl, gut, dann sind wir nämlich für heute schon fertig, Ich wollte mich heute auch nicht so lange machen, ähm, war aber wieder eine gute Runde, Dragon's Dogma, definitiv, ähm, wenn auch sehr viel, oder wobei, kann man das eine gute Runde bezeichnen, also wir waren sehr viel, äh, tot, sehr viel tot, Wir haben eine Minute ausgelegt und dafür, glaube ich, mindestens mal eine Stunde gebraucht und wir haben ja zwei Stunden gespielt, hm, aber wir werden auf jeden Fall, wir werden das nächste Mal weitermachen und dann hoffentlich auch mit deutlich mehr Progress Und, äh, ja, es bleibt nichts anderes zu sagen, als, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wenn nicht, könnt ihr das immer in die Kommentare schreiben und wenn doch, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben Und, ähm, wenn ihr wirklich ganz viel Spaß habt, dann lasst ihr ein Like da und aktiviert diese, äh, Glocke beim Subscriben Und, ähm, für alle, die im Stream sind, auch euch sehr vielen Dank beim Zuschauen und, ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder Und ich würde sagen, ähm, Tschüssi Kowski, bye, bye, ciao Tschüssi Kowski, bye, ciao